Was bedeutet der Mond im Horoskop? Ein Horoskop besteht aus vielen, vielen Einzelkomponenten und Anfänger sind oft überfordert. Daher, schön langsam machen und mit den wichtigsten Komponenten anfangen. Die meisten kennen ihr Sternzeichen, korrekter Sonnenzeichen. Doch genauso wichtig ist es, das Mondzeichen zu kennen. Hierzu ist es wichtig, dass wir unsere genaue Geburtszeit kennen, die man beim Standesamt erfragen kann. Und dann ist es ganz einfach und eines der vielen gratis Astro-Programme rechnet dir deine Gestirnsstünde aus. Der Mond hält sich zweieinhalb Tage in einem Tierkreiszeichen auf. Zusammen mit der Sonne bildet der Mond ein Gegensatzpaar von Yin und Yang. Die Sonne ist hierbei Yang, das Bewusste, das Ego, das Aktive. Der Mond ist das Yin, das Unbewusst-Instinktive, das Passiv-Empfängliche und unsere Gefühle. Das Sonnenzeichen zeigt an, womit wir uns bewusst identifizieren. Das Mondzeichen zeigt an, wie wir auf die Umwelt reagieren und was wir emotional brauchen, um uns wohlzufühlen. Psychoanalytisch wäre der Mond hierbei das Es mit seinen unbewussten Trieben und Bedürfnissen. Der Mond steuert unsere Instinkte und Stimmungen, denn der Mond nimmt zu und ab und sieht jeden Tag bzw. jede Nacht anders aus, von der Erde aus gesehen. Der Mond steuert unsere Wünsche, unser Verlangen und unsere Einfühlung. Kann der Andere unsere Bedürfnisse befriedigen? Können wir die Bedürfnisse des Anderen befriedigen? Dies ist besonders wichtig für das zwischenmenschliche Miteinander. Unsere Reaktionen sind rational nicht immer erklärbar. Der Mond hat sowohl etwas mütterlich Versorgendes als auch etwas kindlich Verspieltes. Es geht aber immer um Bedürftigkeit und Versorgen. Der Mond steht für unsere Erlebnisse in der Kindheit und ist der Schlüssel zu unserem inneren Kind, wenn wir erwachsen sind. Unser hat Fantasie und Traumwelt. Wie steht es mit unseren Gefühlen? Können wir Freude, Trauer, Zorn spüren und zeigen? Außerdem ist es für die Mondstellung wichtig, wie wir wohnen, essen, entspannen und genießen, zärtlich sind und uns gehen lassen können. Die Stellung des Mondes in einem der zwölf Tierkreiszeichen gibt Auskunft darüber, was wir brauchen, um uns emotional wohlzufühlen. Und nun kommt die Challenge. Es gibt zwölf mal zwölf Kombinationen von Sonne und Mond, also 144. Wenn Sonne und Mond zum Beispiel in gegensätzlichen Elementen stehen, also Erde und Feuer oder Luft und Wasser, dann wissen wir, dass wir im gewissen Sinne widersprüchlich sind und es etwas anspruchsvoller sein kann, uns mit unseren Bedürfnissen und Facetten zu verstehen. In meinem nächsten Video erfahrt ihr mehr darüber.